Was ist das KRIPS-Power-Paket? Also vom KRIPS-Theater inspiriertes Theater erleben können in ihrem Klassenraum für die Zeit, wenn sie nicht bei uns sein können. Und dabei ist eine CD, die sowohl KRIPS-Lieder beinhaltet, aber auch Kontakt herstellt zu KRIPS-Figuren, die bei uns in Stücken, in Bühnen sind, die zu euch ins Klassenzimmer kommen per Audiodatei. Die sechs Kapitel in dem Theater-Power-Paket sind so, dass drei der Kapitel sich spezifisch an Altersstufen richten. Und dann gibt es ein Kapitel, in dem wir einfach nur Power für alle geben. Das heißt entweder fürs Lehrerinnenzimmer oder eben für Spiele, Theaterspiele für zwischendurch. Für alle, die alle gut gebrauchen können. In einem vierten Kapitel widmen wir uns dem digitalen Miteinander, denn Homeschooling ist vielleicht auch doch wieder dran. Und dann eben die Möglichkeit, wie kann auch digital und Theater für euch funktionieren. Und in dem sechsten Kapitel geht es darum, wie man über Corona mit Kindern sprechen kann. Und das vielleicht sogar auf eine spielerische, theatrale Art und Weise. Und das vielleicht sogar auf eine spielerische, theatrale Art und Weise.